Hallo ihr Homos da draußen, ich bin's wieder, euer Jan, und ja, heute spielen wir wieder World of Tanks, und dies war mit dem Type 58. Ja, der Panzer hat einigermaßen gute Panzerung, sehr gute Kanone, ist alles ganz top, ich würde sagen, ab ins Gefecht. Auf, ich spiele auf der Karte Mine, Minen, und ich brauche meine Tatsache so hoch, okay, gut. So, ich bin wieder ganz oben mit meinem Panzer, das ist ganz gut. Ich wollte eigentlich jetzt nebenbei richtig lauf Musik hören, aber dann würdet ihr das Netz hören, und dann, ja, das ist voll kacke. Ich sollte mir den Sound-Mod holen, nur leider hat mir das der Typ am Mittwoch-Statial falsch erklärt. Ich sollte mal wissen, wie ich ihn saniere oder ob mir wer den Ordner schicken könnte. Res-Mods und den Res-Ordner. Das wäre nett, weil ich krieg das nicht hin. Einfach anschreiben und dann ist gut. So, da ist doch schon gleich der erste Panzer. Was ist das für Panzer? Sorry, dieses Tank. Das ist ein KV-1. Der ist abgeprallt. Kacke Kappel, okay, okay. Gut. Der mittlere Panzer hat mich getroffen wahrscheinlich. Bam, ein Kerl auf der Treffer. Was ist das für Panzer? Das kann ich mir auf der Treffer. Okay, diese Panzerraum ist ziemlich gut, weil alle hier voll auf meine Abprallpanzerraum schießen. Da ist dann ungefähr. Wir gehen weg und gehen die Zwischenfeierdung bitte weg. Okay. Das war ein Quick Kill. Also ich zeichne mal einen Let's Play hinterher schieben mit dem... äh ich muss eigentlich nur mit der 18 fahren oder vielleicht sage ich nur mit der 18 aber und dann wieder in der Blende drin das sieht ganz gut aus wird so M34 Schuss The last that ever she saw him Carried away by a moonlight shadow He passed on worried and walled him Carried away by a moonlight shadow Lost in a radial air saturday night Far away on the other side He was caught in the middle of a desperate fight And she couldn't find how to push through 100% ... ... ... ... ... Also, drehen. Alter, Alter, das ist noch fertig, der... Alter, der ist irgendwie wirklich so ein Niederspiel, Alter. Also, der Heck hat nur noch... ...er finde ich wirklich extrem schön. Immer mehr. Ja, wieder. Das Okinawa. Alter, die Anlema. Drei. Drei, Drei. Drei, Drei. Die Werte, Drei. Drei. Drei, Drei. Ich hoffe, das gewinnen wir, das Match. Und die Feier zusammenspielen ist nicht so gut. Ja, sie war ne Death Metal Rocker, braut, bin da süß und voll verheizt. So, sie saute, gehörte dich auch mit dem Haute vom Hocker aus. Sie stand auf Wettbüppü Bengen, ich küppü Bengen mit. Beim Blick gehen ich gerne, hörten wir gerne Rammstein und Kirst. Sie sauf mich ständig und an Tische, mal auf X, X, X. Auf jedem Hintern stand gestochen, scharf, X, X, X. Au! Ich spiel nur eine mit Herz, Kopf, Arsch und Pepp. Draußen Konzessen und n Freak in meinem Bett. Komm schon! Ein klein bisschen Lady, ein klein bisschen Gaga. So war ständig voll kaputt. So, ein kleiner. So, ein kleiner. Ich spiel nur eine mit Herz, Kopf, Arsch und Pepp. So, ein kleiner. Draußen Prinzessin und n Freak in meinem Bett. Ein klein bisschen Lady, ein klein bisschen Gaga. So war ständig voll kaputt. Ich brauche ein wenig Pfieger. Das war die Lachen, die da fängt. Ich weiß nicht, was da jetzt noch nicht vorhat. Ok, wir haben so auch was nicht. Und wir sind dann real und im letzten Let's Play. Ja, super Homo! Ja, super Homo!